Okay, aus der anderen Perspektive, damit ihr auch mal seht, wie es von da aussieht. Also Revers und immer versuche ich von innen ans Revers zu kommen. Schau mal den Arm, hopp, abseiten Arm. Distanz überbrücken mit Schritt rechts, links und Haken. Schieben, schieben und dabei zwei, drei kleine Schritte mit dem linken Bein, um noch näher heranzukommen. Normalerweise. Mh-hm. 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 W-hm. Ganz wichtig, der Zug am Kopf, bitte einmal darauf achten.